Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Open Transport Tycoon Deluxe. Ich habe da mal eine Frage an euch. Wer von euch kennt eigentlich das Spiel Doom? Dieser Ego-Shooter, der 1993 rauskam und ich sag mal Maßstäbe für das Genre setzte. Dieser Ego-Shooter, der bis 2011 auf dem Index stand und danach ab 2016 eingestuft wurde. Ja, sagt euch dieser Ego-Shooter dieses Spiel was, dann könnt ihr das jetzt auch in Open Transport Tycoon Deluxe haben, dieses Feeling. Denn ein schlauer Mensch oder ein Fan hat den Soundtrack von Doom 1 für Open Transport Tycoon Deluxe zur Verfügung gestellt. Das ist möglich, weil Doom ja jetzt unter einer Open Source Lizenz steht, beziehungsweise GPL Lizenz, GNU-GPL Lizenz. Und das bedeutet, man kann diese Spieleinhalte aus Doom auch in andere Spiele einbauen, wie zum Beispiel Open Transport Tycoon Deluxe. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie das klingt, dann schalten wir doch einfach mal den Doom Soundtrack hier mit rein und ab geht es. Da fängt er schon an, die Intro Musik ist doch eigentlich ganz bekannt, oder? Ja, wer das Spiel kennt, der kennt auch die Musik und ja, ich zeige euch mal kurz, wie ihr das runterladen könnt. Ihr könnt euch das im Spiel runterladen in Open Transport Tycoon Deluxe. Dafür geht er einfach hier ganz locker, flockig auf Erweiterungen herunterladen und dann könnt ihr hier, wenn ihr wollt, Doom eingeben. Dann steht das hier schon, natürlich ist es grün, weil ich es schon mal runtergeladen habe. Ihr klickt das einfach an. Da steht es jetzt nochmal mit dem Link zum Forum und dann klickt er einfach herunterladen. Da geht es natürlich nicht, weil ich es schon runtergeladen habe, aber er lädt es dann runter und wenn es runtergeladen ist, könnt ihr euch das über Spiele Einstellungen hier aktivieren und da ein bisschen Doom Feeling in Open TDD bekommen. Wir gehen mal in ein Spiel rein und gucken uns einfach mal die Playlist an, was es da so gibt. Also ich mache mal Pause hier, damit ihr nix machen müssen. Also das wurde so ein bisschen unterteilt. Traditionell sind elf Lieder drin. Modern. Ein paar. Easy Street sind ein paar drin. Das ist Doom. Ernsthaft? Genau. Und wenn ihr euch hier durchklickt, das ist dann einfach die Lieder, die müssten euch eigentlich bekannt vorkommen. Ich klicke mal so ein bisschen durch hier. Ich muss sagen, ich habe Doom früher eigentlich nicht selber gespielt. Ich habe da immer bloß, sage ich mal, meinem Bruder beim Mitspielen zugeschaut. Aber wie gesagt, das Spiel war schon, ich meine, heute ist die Grafik natürlich ein Witz, aber das Spiel war schon... Wie gesagt, richtungsweisend damals, war ja das erste Mal auch so richtig ein Spiel, so ein Ego-Shooter in 3D, sage ich mal, gewesen. Die auch Wolfenstein 3D war ja auch so, somit das erste Ego-Shooter-Spiel, was so richtig 3D war. Ja gut, ich meine, natürlich jetzt diese grüne, weiße Quatsch, die gemäßigte Klimazone passt natürlich nicht ganz hier dazu. Das wäre eher jetzt ein Level, Musik für Level, wenn so ein bisschen Endzeit, wenn man so ein Endzeit-Szenario hier hat. Da würde das eher passen, aber ich denke mal, wenn man das will, geht das auch so, ja. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch runterladen, hat ja vorhin gezeigt, über die spielinterne Download-Funktion und... Dann könnt ihr damit eine Runde spielen, was auch cool wäre, wenn man jemanden Rollercoaster-Tycoon-Sound hier reinbringen würde, aber gut. Ich werde jetzt nicht unbedingt eines der nächsten TDD-Videos mit dem Soundtrack hier spielen, aber wie gesagt, ich wollte euch bloß darüber informieren, dass das jetzt hier geht. Dass jemand, das gebastelt hat, um genau zu sein, heißt ja im OpenTDD.org-Forum Fully Automatics, der ist das. Aus denen haben wir das zu verdanken und ja, fetzt total, wie gesagt. Ich werde ein bisschen was von Metal, Metal-Leute an der Stelle, naja gut. Oh, dunkle Halm, das ist schon so ein bisschen ein gruseliger Sound. Ja, genau, soweit erstmal dazu. Wie gesagt, ihr könnt es euch runterladen und dann müsst ihr das bloß hier einstellen beim Musikset und dann könnt ihr damit spielen. Ich gehe mal wieder raus hier und dann sage ich an der Stelle, vielen Dank, dass ihr euch das mal ganz kurz angeguckt habt, dieses Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen von OpenTransport Tiger Deluxe mit dem Doom 1 Soundtrack. Haut rein, bis später und tschüss.